Guten Morgen auf Facebook, auf YouTube, Gute Nacht. Wir zeigen euch jedes Mal, wie man Schnitzelböck macht. Als erstes braucht es ein Thema für ein grosses Ha-Ha. Da bietet sich zum Beispiel der Federer an. Dass er dort durch den Mittel gekommen hat, wissen in Basler Leute genau. Im Rest der Schweiz interessiert das keine Sau. Das Vers muss kurz sein, das müssen alle Basler verstehen. Darum fangst du jetzt gerade am besten mit Donald Trump an. Auch der Wessels bei Gorora, der Baschi mit Hut, sind alle immer wieder für ein beschehen Gut. Ein anderes gutes Thema für ein grosses Juhu. Ist Frauenbeteble und natürlich MeToo. Viele Bänke sind ganz lustig und andere verschissen. Die erkennst du, wenn sie die Modula wegen der Luft sie tissen. Ein weiterer Garant für ein grosses Lach. Ist die öffentliche Selbstschlachtung im Scherenessisach. Und kommt dir auch einfach nicht ein Geistesblitz. Dann bringst du halt mal wieder einen Zürcher Witz. Auch Fersli über Fussball und der FCB Sind in allen versifften Keller gern gseh. Ein Ratschlag, pass auf und legt dir kein Ei. Er wäre ja niemals der 13. Mai. Sonst bist du an der Fasnacht ganz plötzlich allein. fucking, von die wahr